Warum ist der Dow Jones Index absoluter Quatsch? Was ist eine Benchmark, was ist ein Index und was hat der Tracking Error mit deiner Performance zu tun? All diese Dinge wurde ich gefragt in dem Kommentar. Warum sind benchmarkfreie Anlagen besser allokiert? Wie kann ich eine Outperformance ohne Benchmark erzielen? Woran wird die Outperformance gemessen? Was hat der Tracking Error mit der Outperformance zu tun? Möchtest du Market Timing so betreiben? Ein Video hierzu würde mich sehr interessieren. Vielen Dank für deine Frage. Diese werde ich im heutigen Video beantworten. Viel Spaß. Zuallererst stellt sich die Frage, was ist ein Index? Ein Index ist eine Zusammenstellung von Titeln von Unternehmen in einem Markt. Dabei gilt es zu unterscheiden zwischen einem Preisindex und einem Performanceindex. Ein Preisindex ist ein reiner Index mit den Kursgewinnen und Verlusten, die abgebildet werden, wohingegen ein Performanceindex auch mögliche Dividendenausschüttungen berücksichtigt. Unabhängig ob Kursindex bzw. Preisindex und einem Performanceindex gibt es drei verschiedene Varianten der Berechnungsweise. Fangen wir mit den unterschiedlichen an. Zum Ersten gibt es eine ungewichtete Möglichkeit, den Index zusammenzustellen. Diese Variante ist aber in den seltensten Fällen am Markt vorhanden. Die zweite Variante der Indexzusammenstellung ist die der Preisgewichtung. Der Dow Jones wird auf dieser Basis berechnet. Das bedeutet, es werden einfach immer nur die Kurse genommen und diese werden aufaddiert zum Gesamtindex. Die ersten beiden Plätze, also von der Gewichtung her gesehen, gehen auf Apple mit 7,42% Gewichtung und einer Boeing von 7,39% Gewichtung. Hört sich auf den ersten Blick nicht schlecht an. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns jetzt mal Unternehmensgrößen anschauen und Marktkapitalisierung, sind hier Welten dazwischen. Auf den Dow Jones bezogen ist die Apple auf Platz 1 von der Marktkapitalisierung, nämlich mit 1.270 Milliarden Euro, also 1,27 Billionen Euro. Wohingegen eine Boeing deutlich kleiner ist. Eine Boeing ist nur auf Platz 19 mit einer Marktkapitalisierung von 163 Milliarden Euro. Immer noch ein großes Unternehmen, aber Apple ist achtmal größer als die Boeing. Trotzdem sind diese beiden in der Preisgewichteten Variante auf Platz 1 und 2. Und somit ist die Indexzusammenfassung ein bisschen in Frage zu stellen. Die dritte Variante, wie ein Index zusammengestellt werden kann, ist die kapitalgewichtete Variante. Das heißt, es wird geschaut, wie groß ist die Marktkapitalisierung. Dieses wird berücksichtigt in der Zusammenstellung des Indizes, des Indexes. Diese Berechnungsweise ist auch viel verbreiteter als die anderen beiden, die ich eben schon genannt habe. Unser DAX beispielsweise wird kapitalgewichteter rechnet und zweimal im Jahr angepasst. Börsianer investieren auch eher weniger in den Dow Jones aus dem eben vorangegangenen Beispiel, sondern in den viel beliebteren S&P 500. Als nächstes war die Frage der Benchmark. Was ist eine Benchmark? Eine Benchmark ist ein sogenannter Vergleichsindex, mit dem du deine Performance in Relation stellen kannst. Wenn du eine Anlage hast, einen deutschen Fonds oder einen ETF zum Beispiel auf den DAX, dann kannst du die Benchmark, den DAX-Index nehmen und kannst wirklich schauen, wie hat sich dein Depot entwickelt und wie hat sich das Depot von der Benchmark entwickelt. Dann gibt es noch den Tracking-Error bzw. Nachbildungsfehler. Dieser sagt aus, wie die Abweichung ist zwischen deinem Index und deinem Portfolio. Je größer die Abweichung, desto weniger aussagekräftig ist wirklich deine Benchmark und je geringer, desto mehr kommst du in den 1 zu 1 Vergleich. Wenn du beispielsweise in ETFs investierst, was ich dir nicht empfehle, schau dir gerne mein anderes Video hierzu an, dann ist dein Tracking-Error, deine Abweichung sehr gering. Es kann trotzdem eine mögliche geringe Abweichung entstehen, zum Beispiel durch unterschiedliche Zeitzonen, durch Dividenden, die schon ausgeschüttet wurden, aber noch nicht verrechnet wurden im ETF oder durch verzögerte Kauf- und Verkaufsorders. Ein aktiv gemanagter Fondsmanager geht immer einen höheren Tracking-Error ein. Dieser möchte nämlich genau dadurch bewusst die Performance verbessern, um den Vergleichsmaßstab, die Benchmark, zu schlagen. Aber auch der Vermögensverwalter, der Fondsmanager wird sich nicht weit von seiner Benchmark entfernen, da er, falls er eine Fehlentscheidung trifft, auch weit entfernt ist von der Benchmark und diese über den Jahresverlauf nicht mehr einholen kann. Als nächstes kommen wir zur Outperformance. Die Outperformance ist der Mehrertrag, den dein Depot gegenüber der Benchmark erzielt hat. Wenn du beispielsweise ein deutsches Depot hast mit rein großen Blutschips, eine Bayer, eine BASF, eine BMW, dann kannst du den DAX wirklich als Vergleich heranziehen. Wenn dein Depot besser performt hat, dann hast du eine Outperformance. Das heißt, du warst besser als der Index. Wenn du schlechter performt hast, sprechen wir von einer Underperformance. Nun ist aber ganz wichtig zu wissen, wenn du benchmarkorientiert investierst, dann bin ich der Meinung, ist eine Out- oder Underperformance nicht so wichtig für dich. Weil, wenn der DAX minus 20% macht und dein aktiv gemanagter Fonds nur minus 15%, wird er sagen, ich habe ein super Jahr erzielt, ich habe die Benchmark um 5% Punkte geschlagen und somit war ich deutlich besser als der Vergleichsindex. Das sollte aber nicht dein Ziel sein. Dein Ziel sollte Kapitalerhalt sein und steigende Kurse. Wenn du bezogen auf ein Jahr mal eine Out- oder Underperformance erzielt hast, heißt es nicht automatisch, dass du dein Depot komplett umstellen solltest. Du solltest jedoch deine Strategie auf Review, also auf Wiedervorlage zum Neubedenken stellen. Die nächste Frage, die du dir stellen darfst, hast du die richtige Benchmark gewählt? Wenn du jetzt neben dem deutschen Depot, was ich vorhin angesprochen habe, auch noch andere kleine Werte beigemischt hast, dann ist der DAX nicht mehr deine Referenz. Da musst du schauen, gehst du vielleicht in den Mid-Cap-Bereich, in den Small-Cap-Bereich. Der nächste wichtige Punkt ist das sogenannte Market Timing. Ich halte nicht viel für Market Timing, weil Time in the Market is better than timing the market. Verinnerliche dir wirklich diesen Spruch. Je länger du investiert bist, desto besser wird sich deine Anlage gerade auch in Aktien entwickeln. Dieses Thema habe ich auch gerade mit dem Thema Einmal-Investment vs. Cost-Average-Effekt im letzten Video thematisiert. Schau es dir gerne einmal an und gib mir auch da einen Kommentar, wie du darüber denkst. Nun stellt sich die Frage, wie du investieren möchtest. Ich empfehle dir, investiere langfristig am Aktienmarkt, kaufe dir Einzelwerte mit steigenden Umsatz- und Gewinngrößen und im besten Falle noch mit steigenden Dividendenzahlungen. Wenn du nicht in Einzelwerte investieren möchtest, dann empfehle ich dir, in sogenannte Multi-Asset-Fonds zu investieren oder Mischfonds, wie sie auch genannt werden. Diese können nämlich in verschiedene Anlageklassen investieren und du musst dich nicht darum kümmern, ob du jetzt in Amerika bist, in Deutschland oder vielleicht in Lateinamerika. Ein weiterer Vorteil in meinen Augen von diesen Mischfonds ist, dass sie keine Benchmark haben. Das bedeutet, sie können wirklich frei investieren. Sie müssen sich nicht an einen Tracking-Error oder sonst was orientieren, sondern die können wirklich im Best-Case auf 100% Aktien gehen und wenn es ein bisschen Wolken gibt an der Börsenfront, dann können die auch auf Null gehen mit den Aktien, können in dem Moment in Cash, in Bonds, also in Renten investieren oder in Rohstoffe wie Gold zum Beispiel. Sie können auch, je nach Statuten, shorten. Das heißt, sie können auf fallende Märkte setzen und du kannst bei fallenden Märkten auch hier positiv partizipieren. Diese Strategie führt in meinen Augen langfristig zu einer deutlich besseren Performance im Vergleich, wenn du einfach nur in einem ETF bist oder in einem Wert und nie deine Allokation überprüfst. Wie legst du dein Geld an? Schreib es mir gerne in die Kommentare und wenn du auch Fragen hast, so wie im letzten Video, stell sie mir einfach und auch du bekommst dein persönliches Video. Vielen Dank, dein Martin. 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 Vielen Dank.